Yo Pandas und willkommen zu einer weiteren Folge ExtremePandas so gesehen oder so eine kleine Zwischenfolge oder keine Ahnung, weil ihr seht schon. Ich würde sagen, ich würde sagen, bei wie viel waren wir? 32, 32,5 oder so? Ne, wir waren bei 29 oder so. 29,5 oder so. Bei 29,5 oder so. Genau. Ihr hört schon, Michael ist dabei, aber er ist nicht mit am Spielen. Das liegt daran, dass ich gerade, was ich ja schon beim letzten Mal gesagt hatte, ich bin immer mal wieder auf dem Server und gucke, ob die Quarry weiterläuft oder sonstiges. Weil ich habe gerade gesehen, die Quarry läuft nicht mehr weiter, aufgrund dessen, dass sie nicht genug Strom hat. Also, deswegen muss ich eigentlich, äh, wollte ich schnell, ähm, hier die Quarry wieder zum Laufen kriegen. Ähm, ich packe jetzt gerade einfach mal, tut mir leid, dass das gerade alles nicht läuft, so, ähm, also, dass hier jetzt alles gleich wieder voll ist, wenn du wieder auf den Server gehst. Ähm, ähm, ich sollte hier das gerade nicht ein. Wo ist mein Hammer? Äh, habe ich dir meinen Excavator gegeben? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn verhämmert. Warte, ne, den Hammer, den habe ich, ich glaube, habe ich dir den gegeben? Wo ist er? Ich habe keinen Hammer mehr. Hä? Mein Hammer ist weg. Aus, äh, Dings. Wollte jetzt einfach Hammer suchen. Okay, alles klar. Ähm. Oh Gott, ich wollte doch nur schnell Kohler bauen. Okay, dann, ähm, machen wir mal eben halt, äh, ne, neun. Das geht ja relativ fick. Äh, was ich auch direkt nochmal dazu sagen kann, das weiß sogar Micha noch gar nicht. Wir werden in der nächsten Folge, die wir dann zusammen aufnehmen, wahrscheinlich uns ein, äh, Jetpack machen. Ja, nice. Dann können wir nicht fliegen. Das ist mir auch neu. Oh. Ja, wie gesagt, das weiß ich auch noch gar nicht. Ja, ja, ja. Ja. Ähm. So, und dann noch das hier, das müsste alles reichen, hoffen wir es mal. Äh, so. Okay, ja. Ähm, und dann noch, ich brauche noch mal. Ja, 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 Alter, wir haben 36 Dias. Wie geil ist das denn? So, okay. Und dann noch ein bisschen, wenn es dort. So. Oh Gott, so. So. Ähm. Okay, und übrigens für die Leute, die bei, äh, Micha gucken, ähm, weil er geguckt haben, weil er nimmt ja momentan nicht mehr auf, ähm, es wird so sein wahrscheinlich, dass er jetzt auch erstmal halt, ähm, so gesehen erstmal nicht wieder aufnimmt. Ich weiß noch nicht wann genau, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wann genau, oder wir beide wissen es noch nicht. Ja. Ähm. Ähm. Und wenn er das macht, dann wird er eine Zusammenfassung machen, also, aus meinen Videos wird es dann eine Zusammenfassung erstmal als Video geben. Ähm, so, nach dem Motto, so, was ist passiert, während ich mich mit aufgenommen habe. Was eigentlich sehr viel geiles Zeug war, muss ich sagen. Genau, ähm, nur leider könnte das dann natürlich auch nicht, äh, so in seiner Sicht sind, sondern dann halt wieder nur in meiner Sicht. Ähm, aber ist ja eigentlich auch egal, Hauptsache ist halt was, so, zack. Das ist jetzt gerade auch so spontan, deswegen haben wir überhaupt kein Gesprächsthema oder sonstiges. Ähm, aber alter, ich brauche, ich brauche Kohle. Wir brauchen so viel Kohle, ne? Das ist gerade richtig ultra. Also ich meine, letztes Mal, als ich unten war, zum Farmen noch, habe ich riesige Ahler Kohle noch entdeckt, nur dann war mein Spitzacker kaputt. Okay, ja, ich bin jetzt, ich gehe jetzt einfach mal hoch, ähm, ich gehe aber mal schnell pennen. Ach, okay. Ich weiß nicht, es könnte auch sein, dass ich sogar noch was in meinem Inventar hatte. Egal. So, ihr hört es ja auch schon, Michael ist krank, deswegen kommt das gerade nicht, eigentlich. Aber ich glaube, wenn ihr das hier seht, sollte er schon wieder fit sein und werden, sollten die nächste Folge schon aufgenommen haben. Äh, ich hoffe, ne? Weil jetzt gerade ist Montag, die Folge hier wird ungefähr am Mittwoch kommen, wahrscheinlich. Okay, ähm, hier unten, alter, die ist so knapp vor, 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 ding ist einfach hängen geblieben, ne? Das ist, das ist scheiße, ne? So kurz vorm Ende, so, so, ne, doch nicht mehr. Ach Gott, okay, ne, doch nicht so kurz davor, aber egal. So, oh Gott, jetzt auf. Oh Gott, ja. Oh, okay. So, okay, hier ist auch schon die Kohle. Zack, erstmal abbauen. Damit machen wir der Query ja jetzt auf dem Job so gesehen, weil wir bauen jetzt gerade der Query die, die, die Sachen hier. So, ist hier noch irgendwo Kohle. Wir brauchen noch viel mehr Kohle, oh Gott. Wir werden übrigens auch auf Dauer, äh, den, äh, Query, Neri, oh Gott, ich brenne. Okay, so, mit drei Herzen, äh, drei Herzen verloren, okay. Uff, ich hab grad schon Angst gehabt, dass ich keine Ahnung, wie viele Herzen verliere. Ähm, ja geil, das hat sich hier jetzt richtig gelohnt, ich hab hier jetzt 16 Kohle. Wow. Amazing. Amazing, it's amazing. Richtig geil, richtig geil, ja, auf jeden Fall. Oh, Mensch. Das ist auch so unglaublich, ne, das ist so viel, das hätte ich niemals, das, 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 das ist so der Lohn, den ich in einem Monat bekomme oder so. Oh Gott, Hilfe. Und ich kann, ich kann, ich kann die 16 Kohle, das kriegt doch jeder, das kriegt doch jeder nur in unseren, in unseren Leben, mehr doch nicht. Nein, nein, zu viel kriegen wir nicht. Ne? Oh, nein. Wir sind viel zu arm dafür. Ey, ich will mich doch verarschen, Mann. Cool, du musst sterben. So. Ey, ich packe alles weg, so gesehen, ne? Ne. Und was packe ich auch weg? Natürlich. Die, hä, what the fuck, warst du, warst du auf einer Insel? Auf so einer Schleiminsel? Das ist das, was ich das letzte Mal gesagt habe, was ich ganz cool finde. Ich habe ihn einfach da hochgebaut, schon mal in die Richtung. Ich war noch nicht drauf. Okay. Ich dachte nur einfach so, hm, irgendwie, ich glaube, das wäre cool. Deswegen habe ich mir einfach die scheiß Erdblöcke genommen, weil du warst da eh mit der Query beschäftigt und ich dachte mir einfach so, ich baue mal schön Richtung, äh, Insel hoch. Okay, die Query launcht man wieder, aber es läuft gerade richtig langsam. Äh, auf Dauer werden wir uns auch einen Culinary Generator holen. Ähm. Ich gehe jetzt nochmal schnell schlafen und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht schon mal ein paar Büsche finde. Hier. Das wäre auch nice und ich hole dann, ich nehme dann auch Essen mit direkt. So. Weil jetzt gerade sind wir bei sieben Minuten, dann machen wir schon so, keine Ahnung, die 15 Minuten wenigstens schnell voll. Äh, dass es sich wenigstens noch lohnt zu rendern. Ja, ja. So. Ui, ui. Okay. Gott. Da gehe ich mal schnell schlafen. So. Alter, also die Folge, die ist gerade so verpeilt. Also Leute, die nicht wundern, dass wir hier überhaupt keine Themen oder sonstiges haben. Äh, ich glaube, wir beide haben eigentlich, ich habe bis gerade gestreamt und auf einmal denke ich mir so, ach komm, ich gucke mal kurz auf der, äh, Dings vorbei. Wie es da denn aussieht. Ob die Query läuft und dann. Ja, und ne, ob die Query fertig ist. Und dann auf einmal so, oh. So viel dazu. Das ist mir eigentlich, was auch gar nicht geplant ist, dass ich überhaupt, ähm, mit, ähm, die Rede im Stream. So, wenn du überhaupt, aber, ja. Ja, jetzt war genau so, wie ich geplant ist, dass du im Stream redest und du hast geplant ist. Ja, das war auch genau so, wie ich geplant ist, im Stream redest, stimmt. Aber das hat sich irgendwie dann, äh, so. So noch ergeben, aber egal. Okay, ich gehe jetzt lieber einmal, äh, hier in unsere Höhle. Ich versuche da nochmal ein bisschen was zu finden. Aber ich glaube, die Höhle ist langsam auch leer. Wir müssen echt schon bald mal eine neue Höhle suchen. Oh Gott. So. Und bald machen wir auch mal mit, ach, hier ist ein, hier ist ein Ofen. Mach nix. Ähm, bald machen wir auch mal mit Carpenter-Blöcken. Alter, da kam auf einmal so ein Mini-Zombie, ne, ich habe mich erschrocken wie sonst was. Ich glaube, so habe ich mich noch nie erschrocken. Ist es so? Ja, Mann, ich habe mich gerade so erschrocken. Ey. Ich habe mich noch nie so erschrocken. Doch nicht, mal bei einem Horror-Game habe ich mich so erschrocken. Ernsthaft? Ja. Alles klar. Guck, das ist in der Folge an, Alter. Ich bin so zusammengezuckt auf einmal, ey. Irgendein Mini-Zombie ist ja süß. Ja, weil ich auf einmal Schaden bekommen habe. Und stell dir mal vor, ich sterbe jetzt so, während du nicht da bist. Das wäre jetzt total behindert. Ich war jetzt so bei Folge 29,5. Oh, tut. Ja. So, ich baue mal kurz die Obsidian ab. Keine Ahnung warum. Können wir auf jeden Fall mal gebrauchen, wahrscheinlich. Und ich wäre nicht mehr da gewesen, um irgendwas zu machen, ey. Es wäre schon behindert. Dezent. Sehr heftig. So, okay. Ich habe jetzt mal ein bisschen Obsidian noch abgebaut, neues Stück. Dann können wir uns auch in der nächsten Folge vielleicht mal einen Vorteil in die Höhle machen. Hä? Aber hier ist kaum Kohle, ne? Ich habe jetzt gerade auch nur 18 Kohle. Auf welcher Höhe sind wir? 11. Ich meine jetzt einfach einmal hier geradeaus, Alter. Oh. Sagt der und trifft auf Lava. Jo, scheiße. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Der kommt schon. Kohle, Kohle. Jawohl. Großes Kohle-Erz. Oh, komm. Kohle, Kohle, Kohle. Okay, jetzt sind wir bei 36. Auch noch nicht die Welt. Rubin. Nice. Okay, aber. Es ist jetzt gar nichts. Ich habe fucken dabei. Oh Gott. Danke. Außenabend. Ich habe auch noch von der Query oder woanders in unserer Höhle. Äh. In unserer Höhle. Okay. Ja. Sonst wäre der Herr blöd, wenn ich jetzt der Query schon alles wegnehme. Ja. Das stimmt. Oh, Query arbeitet für uns, aber ich nehme die alles weg. Okay. Oh Gott. Ich nehme die alles weg, weil ich brauche Kohle für dich. Und deswegen suche ich für dich schon die Kohle aus deinem Nulloch. Oh Gott. Kappa. Weißt du. So. Wie ihr gerade auch seht, ich lasse die eigentlich anderen, andere sonst liegen. Äh. Ich baue jetzt nichts irgendwie absichtlich ab oder sonstiges, sondern ich schaue halt wirklich nur nach Lapis. Äh. Nach Kohle. Lapis. Ja. Ja, weil ich gleich, wenn ich Lapis aufgesammelt habe. Ja, gut. So. Okay. Zack. Und zack. So. 61 Kohle. Ich will den Stack voll machen. Helorit nehme ich trotzdem auch mal mit. Schnell. So. Okay. Hier in die Rüge schon vielleicht. Dann kommt schon. Okay. Auch nichts. Oh Gott. Hilfe. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. So. Ich habe die ausgefunden. Nice. Wir haben 5 Dias mehr. Er findet einfach zwischendurch Dias, Leute. Warum nicht? Leute, wir brauchen Kohle. Oh, Dias. Kohle auch Dias. Ach Mensch. Ach Mensch. Das ist ja mal eine schöne Überraschung. Aber die nehme ich nicht mit. Wir brauchen sie nicht. Okay. Dann ist gut. Dann lass sie einfach liegen. Ja. So. Also ich habe jetzt 64 und 8. Meinst du, das reicht oder soll ich noch kurz ein bisschen weiter? Ich. Ja. Komm. Geht zunächst eine Kohle Ader. Danach reicht es aber. Ich gucke mal, ob wir hier noch eine Kohle Ader direkt haben. Hä? Ich tue mal nach noch einer Kohle Ader. Jetzt nehme ich gerade keine. Ja, aber wenn du die da hast, dann würde ich sagen, das sollte eigentlich reichen. Ich habe Dias. Ernsthaft? Ja. Ich habe 10 Dias jetzt. Einfach so wieder so. Ich habe Dias. Ja. Alles klar. Okay. Da kenne ich nicht weiter. Da ist Lava. So. Och Gott. Und jetzt ist es kaputt. Okay. Ja, dann lassen wir es jetzt einfach mal dabei. Okay. So. Okay. Und da sind wir jetzt noch bei 13 Minuten. Sehr schön. Das passt sogar ungefähr. Alter, hier liegt jetzt so viel Schrott rum, ne? Ach, warte. Das Red Zone muss ich mitnehmen. Statt einen Zombie-Kopf. Zombie-Köpfe brauchen wir jetzt echt nicht. Das ist aber Red Zone zum Verbessern unserer Waffe und so weiter. Scheiße. Scheiße. Ich sterbe jetzt. Nein. Hilfe. Wie, du stirbst. Ich bin, äh, eben hier bei Lull, sterbe ich jetzt, oder? Cool. Okay. Oder auch, oder doch, sterbe ich. Ich wollte noch so sagen. Oder doch nicht. Und dann, boom. Oh, nee. Ah, Gott, ey. Okay. Ah, scheiße. Hier ist noch Kohle. So, jetzt muss ich es aber einzeln mit meiner Ruby-Pickaxe abbauen. So. Oh, Gott. Alter, und dann ist es natürlich eine große Ader. Als ob. Creeper! Kein Herz abgetrunken. Oh, Gott. Ich habe ihn zum Glück gesehen. Bevor er explodieren konnte und so. Alter. Ey. Halbe Folge voller Action. Okay, so. Okay, jetzt haben wir 64 und dann nochmal 44. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, da ist es. Hängt von denen. Nice, nice, nice. Ey, ich finde den Ausgang nicht mehr. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Du weißt, du musst schon zurückkommen irgendwie. Ja. Aber hier ist Lava. Das ist hier der. Ne. Hä? Wo bin ich? Hä? Jetzt kann ich dir leider echt gerade nicht sagen, du Hübler. Wo bin ich? Bist du vielleicht in irgendein Loch reingehüpft oder so vorher? Eigentlich nicht. Ach, hier. Okay. Wo bin ich? Ach, hier. Oh, Gott. Alter, wir haben hier einfach so viele Löcher, ne? In die wir rein schlüpfen. Das ist einfach zu schlimm. Bei den ganzen Löchern weiß man noch gar nicht mehr, wer wer ist. So. Okay, noch ein bisschen Brot essen. Noch ein bisschen Brot essen, Leute. So, und wir sind bei 16 Minuten. Okay. Ungefähr die 20 Minuten Folge habe ich geschafft. Ja, komm schon. In der. Blau. Oh nein, Hilfe. So. Ach Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Die Frage ist natürlich, was ist eigentlich, wenn sie jetzt... Oh, halt. Ich habe, glaube ich, was vom Feld kaputt gemacht. So. Wenn jetzt... Hier hinten Kohle reinkommt. Ist hier hinten Kohle? Nee. Okay. Okay. Was wäre denn? Äh. Ja gut, Leute. Okay. Ähm. Die Kohle hier sollte eigentlich erstmal für die nächsten zwei Minuten reichen. So. Ähm. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie relativ viel weiter arbeitet. Vielleicht müssen wir auch in der nächsten Folge dann direkt den Culinary Generator mal machen. Dann müssen wir uns dann aufteilen. Dann suchst du nach Bären. Ja. Ja, nach Büschen. Und ich nach, äh, der... Und ich mache den Culinary Generator. Davon können wir gleich mehrere machen. Und auch zum Beste... Also muss ich einfach ein bisschen über die, 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 die Wälder streifen und nach Bären suchen. Genau. Ansonsten machen wir das zusammen. So. Ähm. So, ich ernte auch gerade mal das Feld. Das ist ja das Schöne, das ist mit dem Chunkload da drin. Das heißt, das wird auch schön. Äh, fertig gemacht halt. So. Äh, das brauche ich denn gerade nicht. Rotten Flash. So. Dann pflanze ich hier die Potatoes neu an. Und die Karotten auch. So. Und dann laufe ich, laufe ich nach Hause. Oh ja. Oh ja, er läuft. Oh geil. Okay, Leute. So. Dann eine komische Folge irgendwie. Eine 29,5. Ähm. Ist jetzt vorbei. Ich hoffe, dass die euch trotzdem gefallen hat. Irgendwie richtig komisch. Äh. Hilf, äh, Hilf, äh, Hilffolge aufzunehmen. Ist so einfach so komplett random. Auf einmal noch gar nicht mal selbst geahnt. Vor 10 Minuten so gesehen. Oh, der Steam Dynamo hier braucht auch Strom. Okay. So. So. Und, äh, ja. Damit hoffe ich dann jetzt einfach, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und sage ich damit dann einfach, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Heuer mit dem Vater und der LRG. Ciao. Ciao.